Heute möchte ich euch zeigen, wie man einen Audio-Lautsprecher-Marke Eigenbau produziert. Dazu braucht man diverses Werkzeug wie Teppichmesser, Seitenschneider oder Lötkolben. Weiteres Zubehör sind eine Stromquelle, in meinem Fall eine Lithium-Polymer-Akku aus einem alten MP3-Player, diverse Kabel wie zum Beispiel ein 3,5-Buchsen-Audiokabel und ein Lautsprecher natürlich. Und das Wichtigste, der Verstärker. Als ersten Schritt nehmen wir das Audio-Kabel, welches wir an die Platine anlöten werden. Dazu braucht man ein wenig Lötzinn. Ich lüte das auf den Lötkolben. Und nun muss man schauen, dass man den richtigen Kontakt auf der Platine erwischt. Diese ist bei jedem Audio-Verstärker unterschiedlich. Ich lüte das auf den Klang. Ich lüte das auf deiner Konten. Ich lüte das auf den Klang. Ich lüte das auf den Klang. Ich lüte das auf den Klang. Wir wollen die Klang. Gut. Der nächste Schritt ist das Verbinden der Stromquelle mit der Platine. Wichtig beim Verlöten, dass die Kabel nicht zu lang abisoliert werden, das heißt das Kabel zu weit heraus steht, ansonsten ist die Gefahr eines Kurzschlusses sehr groß. Der nächste Schritt ist das Anschließen des Lautsprecheres an die Platine. Hier wieder wichtig die richtigen Kontakte zu erwischen. Die Kabel nicht zu langen. Die Kabel nicht zu langen.